Hi Leute, das ist Samu hier. Relana, die Zwillingsmond-Ritterin, ist ein weiterer Boss im Elden Ring DLC Shadow of the Earth Tree und der Boss hat so richtig in sich. Mit einer der schwersten tatsächlich, die ich persönlich bisher hatte, hat mich richtig Nerven gekostet, aber der Kampf halt auch mega, mega nice. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Abo, Like da, schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei und jetzt wünsche ich euch Spaß. Ich habe zwei Tries, ich habe noch zwei Tries, wovon einer dann zum Glück funktioniert hat, aber ich habe euch den ersten auch mal reingemacht, wo ihr seht, wie sie mich so richtig zerstört. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke, bye. 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 Danke, bye.